Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Heute ist ja eigentlich großer iPhone Release Tag. Ich habe aber ja bereits vor zwei Tagen ein Unboxing zum iPhone 11 Pro hochgeladen. Gestern ein Unboxing zur Apple Watch Series 5. Ich teste die beiden Geräte auch schon seit zwei Tagen. Und heute ist auch das iPhone 11 bei mir angekommen. Dazu wird es auch noch ein Unboxing Video geben. Sehr, sehr bald. Ich erwähne das nur, weil viele von euch danach gefragt haben. Ich habe mich jetzt allerdings dazu entschieden, ein anderes Video vorzuziehen. Denn gestern hat Huawei in München unter anderem das Huawei Mate 30 Pro offiziell vorgestellt. Ich war natürlich vor Ort. Ich habe leider nicht allzu viele Aufnahmen, weil es wirklich eine komplizierte Situation war. Es gab dieses Mal auch kein Vorab-Event, kein NDA-Briefing. Ich glaube, die Gründe können sich alle von euch denken. Deshalb ist auch noch kein Video von mir dazu online gekommen. Aber ich konnte ein paar Aufnahmen machen. Ich konnte aber vor allem das Gerät ausprobieren auf dem Launch-Event. Gar nicht so sehr, aber es gab abends noch ein Event, wo ich locker eine halbe Stunde damit rumspielen konnte. Und ich kann euch jetzt einiges erzählen. Darum soll es in dem Video hier gehen. Also einmal um das Mate 30 Pro und nur um das Pro. Denn das Mate 30 hatte ich nicht in der Hand. Also sorry dafür, das werden auch viele Fragen. Aber es war schon schwer genug, überhaupt an das Mate 30 Pro ranzukommen. Also wie gesagt, darum soll es gehen, was das Gerät kann, wie meine ersten Eindrücke sind. Ich habe sogar ein erstes kurzes Unboxing für euch. Und am Ende des Videos werde ich so ein bisschen über die aktuelle Situation bei Huawei sprechen. Wann das Gerät zu uns kommt, ob es überhaupt zu uns kommt, wie die Lage aktuell ist. Ja, bleibt auf jeden Fall dran. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen und mit sagen, los geht's! Beginnen wir vielleicht mit der wichtigsten Info vorab. Also ich denke, das dürfte die meisten von euch interessieren. Ich kann euch leider nicht sagen, wann genau und wie das Huawei Mate 30 Pro nach Deutschland kommen wird. Ich kann euch nur sagen, dass es ziemlich sicher nach Deutschland kommen wird. Ich glaube, da gibt es auch schon eine offizielle Stellungnahme von Huawei, wo sie sagen, dass das Gerät in nächster Zeit in elf europäischen Ländern auf den Markt kommen soll. Wie ich das verstanden habe, wird auch Deutschland mit dabei sein. Aber die Frage ist halt wirklich, wie? Ich glaube, die Problematik hat in den letzten Tagen jeder mitbekommen. Ich persönlich tippe tatsächlich drauf, dass sie das Gerät mit Android 10 und mit EMUI 10 verkaufen werden. Allerdings ohne Google Apps, ohne Google Play Services. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Einschätzung. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Aber ja, dazu dann gleich noch mehr. Jetzt beginnen wir erstmal, wie gesagt, mit einem kurzen Unboxing. Ich habe die Verpackung schon gesehen. Da war das Gerät auch drin, das ich getestet habe. Und das sah tatsächlich aus wie das finale Verpackungsdesign. Schien auch die europäische Version zu sein. Ihr seht, eine typische Huawei-Verpackung. Sieht eigentlich genauso aus wie immer bei der Mate 3. Und auch der Lieferumfang ist relativ identisch. Wir haben ein Case mit dabei, was auch an dieses neue Design angepasst ist. Das ist wieder so ein durchsichtiges Case. Dann unser typisches 40 Watt Supercharge Netzteil. Also da gab es ja Gerüchte über 55 Watt. Aber nein, es bleibt bei 40 Watt. Das dazu passende USB-C Kabel ist natürlich auch mit dabei. Dann haben wir wieder diese typischen Huawei Kopfhörer mit dabei, von denen ich kein allzu großer Fan bin. Und einen Adapter von USB-C auf Klinke, weil das Gerät, also zumindest das Pro natürlich wieder keinen Klinkenanschluss hat. Was bei Mate 30 Pro auf jeden Fall als erstes ins Auge sticht, ist das Display. Da haben sie was ganz Interessantes gemacht. Huawei verbaut ein 6,53 Zoll großes AMOLED Waterfall Display. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also ihr habt es bestimmt schon gesehen. Das Display ist mehr abgerundet als bei jedem anderen Edge Display auf dem Markt. Also die Rundung von Display, das geht tatsächlich fast über den kompletten Rahmen. Sieht, wie ich finde, sehr cool aus. Es ist aber etwas gewöhnungsbedürftig. Dazu dann gleich noch mehr. Was mich eher stört, ist die Auflösung. Es löst nämlich nur mit 2400 x 1176 auf. Das ist, wie ich finde, ein ziemlicher Rückschritt im Vergleich zum Mate 20 Pro. Die Auflösung, also man sieht es auf jeden Fall. Ich muss euch aber auch ganz ehrlich sagen, ansonsten hat das Display einen phänomenal guten ersten Eindruck gemacht. Helligkeit, Farbdarstellung, was mir persönlich jetzt viel, viel wichtiger ist, das sah bombastisch aus. Also vor allem die Helligkeit. Sie haben, glaube ich, keine Zahlen dazu gesagt. Aber ansonsten hat das Display wirklich, wirklich einen guten ersten Eindruck gemacht. Interessant ist auch, was sie mit dem Powerbutton gemacht haben. Da wir ja jetzt quasi kaum mehr einen normalen Rahmen haben, ist der ziemlich weit nach unten in Richtung Rückseite gewandert. Er ist gut zu erreichen, aber es fühlt sich doch schon ziemlich komisch an, wenn man ihn drücken möchte. Ich glaube, man kann sich daran gewöhnen, aber es ist auf jeden Fall komisch. Noch interessanter ist, dass es keine lauter, leiser Wippe gibt. Stattdessen kann man einfach links oder rechts zweimal tippen. Dann erscheint eine Software-lauter, leiser Wippe, sage ich jetzt mal. Man bewegt einfach nur den Finger auf und ab und kann dann die Lautstärke einstellen. Da meinten einige Kollegen, das hat bei ihnen nicht gut funktioniert. Kann ich euch nur sagen, bei dem Gerät, was ich so in der Hand hatte, hat es super funktioniert. Hat mich selber überrascht. Aber die Software ist eh noch alles andere als final dazu. Dann kommen wir aber, wie gesagt, gleich am Ende nochmal. Ansonsten haben wir wieder einen In-Display-Fingerabdrucksensor und 3D-Gesichtserkennung. Deshalb auch eine relativ große Notch. Sie ist allerdings kleiner als letztes Jahr, wie ich finde, deutlich. Und vor allem auch deutlich kleiner als beim iPhone. Und ich freue mich einfach, wie gesagt, extrem, dass wir wieder diese 3D-Gesichtserkennung haben, die ja letztes Jahr schon super war. Ansonsten haben wir wieder einen Metallrahmen und eine Glasrückseite. Die ist ganz ähnlich strukturiert wie beim Mate 20 Pro. Ist dieses matte Glas mit so einer, naja, leichten, wie gesagt, so 3D-Folien-Optik. So fühlt es sich an. Aber es fühlt sich irgendwie viel, viel besser an, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich optisch sehr, sehr gut. Gut, ich liebe auch einfach dieses Kameradesign auf der Rückseite. Also wir haben jetzt ein rundes Kameradesign. Sie haben bei der Präsentation, der ein oder andere hat es vielleicht gesehen, die Leica-Kamera im Vergleich gezeigt. Also die Rückseite, finde ich, sieht jetzt wirklich aus von so einer richtigen Kamera. Es fehlt eigentlich nur noch irgendwie so der Xenon-Blitz. Ja, gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, was Huawei da gemacht hat. Also da haben sie wieder was relativ Eigenes gemacht. Optisch gefällt mir das super. Kamera ragt natürlich ein bisschen hervor. Das haben sie aber wirklich ganz gut kaschiert, finde ich. Allgemein ist es wirklich, zumindest in meinen Augen, ein sehr, sehr schönes Smartphone. Ich weiß aber echt noch nicht, was ich von diesem Display halten soll. Also von dieser krassen Krümmung. Also es, wie gesagt, es liegt für mich überraschend gut in der Hand, was tatsächlich auch daran liegt, dass es von den Abmessungen kaum Unterschiede im Vergleich zum P30 Pro gibt. Und das habe ich ja jetzt lang genutzt. Deshalb, ja, ich habe es mir halt einfach noch größer vorgestellt. Also das finde ich super. Gewicht passt eigentlich auch. Das Einzige ist, es wirkt wirklich ein bisschen dick. Keine Ahnung, ob das jetzt ist. Eben wegen dem gebogenen Display, was ich tatsächlich glaube, weil auf dem Papier ist es, glaube ich, 8,4 Millimeter nur dick. Oder vielleicht liegt es auch einfach am Akku. Denn Huawei verbaut hier tatsächlich einen 4.500 mAh starken Akku. The Verge hat, glaube ich, geschrieben, Notebook Size Battery. Ja, kann man nicht anders sagen. Das ist der neue Benchmark. Auf jeden Fall zumindest bei den Flaggschiffen aktuell. Wir haben, wie gesagt, wieder 40 Watt Supercharge. Viele hätten sich da wahrscheinlich mehr gewünscht, aber ich glaube, das reicht jetzt erst mal aus. Viel interessanter ist, dass wir 27 Watt Wireless Charging haben. Das ist, wenn ich das richtig im Kopf habe, auf jeden Fall auch der neue Standard. Mega, mega geil, dass da endlich mal Bewegung in diese Sache kommt. Und sie haben auch das Reverse Wireless Charging weiterentwickelt. Also da sollen die Geräte jetzt, ich glaube, sie haben gesagt, bis zu dreimal schneller geladen werden. Also wie gesagt, auf jeden Fall deutlich schneller. Sie haben sogar gesagt, jetzt kann man Smartphones damit laden. Da bin ich jetzt erst mal noch skeptisch, also vernünftig damit laden. Aber ja, auf jeden Fall tut sich auch da was. Und da war Huawei letztes Jahr ja schon Vorreiter, als sie das vorgestellt haben. Noch kurz die restlichen Specs. Prozessor ist natürlich der neue Kirin 990, der auf der IFA vorgestellt wurde. 5G gibt es, allerdings nur optional. In Deutschland wird wohl die 5G-Version erst mal nicht kommen. Wir haben bei dem Modell für Europa, sage ich jetzt mal, 8 GB RAM, 256 GB Speicher. Ob er erweiterbar ist, kann ich euch nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass es wieder via NM-Card gehen wird. Aber kann ich euch nicht sicher sagen. Da gibt es widersprüchliche Infos zu. Es ist IP68 zertifiziert. Wir haben natürlich USB-C 3.1. Wir haben keinen Klinkenanschluss. Und ich kann euch leider auch nichts zu den Lautsprechern sagen. Ich gehe ehrlich gesagt davon aus, dass es Stereo-Lautsprecher sind. Aber ja, war da einfach zu laut, um das vernünftig zu testen. Das reiche ich dann nach, wenn ich hoffentlich mal hier zu Hause irgendwie ein Gerät zum Testen bekomme. Kommen wir zur Kamera. Wohl der zweite interessanteste Punkt neben dem Display. Wir haben eine 32 Megapixel Frontkamera mit einer Blende von f2.0. Deutlich interessanter sind die Kameras auf der Rückseite. Auf der Rückseite haben wir eine Quad-Kamera. Zum einen die 40 Megapixel Hauptkamera mit einer Blende von f1.6. Das ist, soweit ich das beurteilen kann, exakt der gleiche Sensor wie im P30 Pro. Neu ist allerdings der 40 Megapixel Weitwinkelsensor. Also hier jetzt auch endlich 40 Megapixel mit einer Blende von f1.8. Wir haben außerdem eine 8 Megapixel Telesum-Linse. Das mit einer Blende von f2.4. Und das vierte ist dann so ein Time-of-Flight-Sensor. Ich will jetzt noch nichts zur Fotoqualität sagen. Wie gesagt, ich konnte damit gestern Abend rumspielen. Aber es war da wirklich extrem dunkel. So dunkel, dass ich keine Aufnahmen mit meiner Kamera vom Smartphone mehr machen wollte, weil sie nicht schön geworden wären. Die Kamerasoftware war auch alles andere als final. Also man hat es gemerkt generell, dass die Software noch nicht final ist. Aber bei der Kamerasoftware hat man es extrem gemerkt. Also ich wollte natürlich im Weitwinkelmodus diesen Nachtmodus austesten. Generell den neuen Weitwinkel. Aber da ist die Kamera oft abgestützt und so weiter. Deshalb will ich mir da jetzt noch kein Urteil bilden. Aber ich sage es mal so, rein auf dem Papier ist das definitiv der neue Benchmark. So was rein die Fotoqualität angeht. Beim Zoom, das ist vielleicht noch ganz wichtig. Gehen Sie jetzt tatsächlich zurück zu einem dreifachen optischen Zoom. Wie es eben beim Mate 20 Pro der Fall war, ist meiner Meinung nach aber auch eine gute Entscheidung. Weil euch glaube ich im Alltag der dreifache optische Zoom und dann der fünffache Hybrid Zoom mehr bringt. als der fünffache optische Zoom und der zehnfache Hybrid Zoom. Sehr, sehr interessant ist aber auch diese neue Scene-Linse. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Scene-Linse, also die quasi nur für Videos gedacht ist, Teil dieser Weitwinkel-Linse. Wie genau das technisch funktioniert, haben sie meiner Meinung nach auf der Bühne nicht vernünftig erklärt. Aber es ist eben so und damit will Huawei jetzt die Videoqualität bei ihren Smartphones, aber generell bei den Smartphones revolutionieren. Es gehen jetzt endlich 4K mit 60 Frames per Second. Und jetzt muss ich kurz spicken. Wir haben 7680 Frames per Second Slow Motion. Ich glaube vorher waren es 960 bei Samsung oder bei Sony. Stellt sich mir tatsächlich die Frage, wo man das im Alltag wirklich brauchen soll. Aber ist natürlich ein netter Flex. Wir haben HDR Plus bei den Videos und sie wollen die Lowlight Performance deutlich verbessert haben. Ich bleibe da ehrlich gesagt noch sehr, sehr, sehr skeptisch. Weil wie lange verspricht uns Huawei jetzt schon, dass die Videoqualität endlich so gut sein wird, wie die Kamera, also die Fotokwalität, sage ich jetzt mal. Also die Fotokwalität wird sicher bombastisch sein, aber bei der Videoqualität bleibe ich skeptisch. Auf dem Papier klingt das bombastisch. Mal schauen, wie das dann eben in echt so ist. Aber wie gesagt, da muss man erstmal warten, bis die Software final ist, bis ich das Gerät vernünftig testen kann. Software, gutes Stichwort, habt ihr eben schon gesehen. Das ist Android 10 mit der EMUI 10. Da wurde tatsächlich optisch einiges geändert. Ich muss ganz ehrlich sagen, gefällt mir besser als vorher. Wird aber immer noch nicht meine Lieblingsbenutzeroberfläche sein. Mir ist sie immer noch zu bunt, aber das ist natürlich eine absolute Geschmackssache. Und es gibt natürlich wieder zahlreiche Zusatzfunktionen. Sie haben das Always-On-Display erweitert. Das ist tatsächlich ganz gut gelungen. So, wie ist generell mein erster Eindruck? Also ich glaube, das habt ihr schon rausgehört. Es ist ein brutal geiles Gerät. Ich glaube, das ist vor allem beim Akku generell der Benchmark, der neue Benchmark sein wird im High-End-Bereich. Und auf jeden Fall auch bei der Fotokamera, vielleicht sogar auch bei der Videokamera. Generell klingt das Gesamtpaket sehr, sehr gut. Ich bin tatsächlich etwas skeptisch, was so das Design angeht. Nicht, weil es mir optisch nicht gefällt. Weil ich halt echt skeptisch bin, wie das mit dem Display tatsächlich dann im Alltag sein wird. Also mit dieser krassen Krümmung mit dem Power-Button so unten. Aber das muss man erstmal ausprobieren. Und Display ist auch schon ein gutes Stichwort. Ich hätte mir einfach eine höhere Auflösung gewünscht, wie das halt beim Mate 20 Pro auch der Fall war. Dann kann man natürlich sich noch über MicroSD streiten. Aber das scheinen jetzt wirklich einfach alle wegzulassen. Also einfach, ich sage es mal so, vom Gesamtpaket her, glaube ich, ist es momentan das beste Smartphone auf dem Markt. Aber das hilft uns natürlich alles nichts, wenn es nicht mit Google Play Services auf den Markt kommt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, die UVP, haben vermutlich auch schon viele gehört, sind 1.999 Euro. Wo ich generell sagen würde, wenn das im Mai nicht passiert wäre mit den USA, mit Trump und mit Huawei, dann wäre diese UVP vielleicht im Vergleich zu einem iPhone, zu einem Note 10 Plus und was nicht alles in letzter Zeit auf den Markt gekommen ist, vollkommen angemessen. Es ist aber eben das passiert, was in den letzten Monaten passiert ist. Und dafür ist der Preis, glaube ich, einfach zu hoch. Es wirkt generell so, als wollte Huawei, glaube ich, den Eindruck erwecken, als wäre das alles nicht passiert. Auch generell die ganze Ansetzung von diesem Event, also dass man das quasi einen Tag vorm Launch, also vom Marktstart der neuen iPhones macht, dass man das jetzt nicht verschiebt, dass die Software eigentlich noch alles andere als final ist bei dem Gerät. Also ich glaube, auch in China wird das Gerät erst im Oktober oder so auf den Markt kommen. Das wirkt halt alles so. Ich sage mal, wenn das alles nicht passiert wäre, wäre es perfekt, weil sie echt eine lange Pre-Sales-Phase haben. Sie hätten uns, den Medien, vielleicht noch das Gerät in die Hand drücken können, wie sie es eigentlich immer machen. Dann hätten alle schön passend zum iPhone-Launch auch noch vom Mate 30 Pro berichtet, das vielleicht auch noch in die Kamera gehalten. Aber das ist halt jetzt alles nicht passiert, weil es, wie gesagt, diese Probleme mit den USA gibt. Und darüber bin ich halt einfach, sage ich euch ganz ehrlich, brutal traurig. Deshalb bin ich in diesem Video jetzt auch nicht gehypt, weil das Gerät an sich ist geil. Aber ja, diese ganze Situation stimmt mich tatsächlich sehr, sehr traurig. Es gab den ganzen Tag über kein offizielles Statement von Huawei zu dieser ganzen Sache. Fand ich persönlich auch schwach. Da haben sich viele drüber geärgert. Aber ich kann mir das nur so erklären, dass ihnen momentan einfach komplett die Hände gebunden sind, dass sie Angst haben, glaube ich. Und deshalb nichts Offizielles sagen können. Wie gesagt, so wirkte das alles auf mich. Es ist halt einfach so, so schade um dieses geile Smartphone. Ich glaube, das habe ich jetzt schon mehrmals gesagt. Und ich glaube, selbst wenn das Gerät jetzt in den nächsten Wochen, Monaten in Deutschland, in Europa auf den Markt kommt, wird es dieses Smartphone für den Preis verdammt schwer haben. Weil ich meine, klar, es kommt jetzt immer, hey, man kann ja die Google Play Apps oder allgemein die Google Apps problemlos nachinstallieren. Da vergisst man aber, dass man auch die Google Play Services braucht. Und da wird es schon echt komplizierter. Ja, die kann man auch nachinstallieren, aber das kann nicht mehr jeder so einfach machen. Da muss man sich schon ein bisschen mit der Materie beschäftigen. Und vor allem mit Android 10 wurde das nicht wirklich einfach. Also ich glaube, das vergessen viele. Und dafür haben wir dann eben diesen hohen Preis, der, sorry, meiner Meinung nach mit dieser ganzen Situation momentan einfach zu hoch ist. Und ich sage euch auch ganz ehrlich, der ganze gestrige Tag hat mich, was diese Konstellation, Huawei und Android mit Google Services, so wie wir es kennen, nicht besonders optimistisch gestimmt. Also versteht mich nicht falsch, das war ein geiles Event. Die meiner Meinung nach super Wahl in München. Das hat alles super funktioniert. Geile Location. Die PR-Leute von Huawei Deutschland, die haben sich alle Mühe gegeben, dass wir gestern echt einen schönen Tag hatten, dass alles gut geklappt hat. Die haben aus der Situation, wie sie war, aus den Mitteln, die sie hatten, echt mit Abstand das Beste gemacht. Aber das ändert halt auch alles nichts an der Situation und die Situation ist meiner Meinung nach ziemlich traurig. Huawei hat ja auch eine Milliarde für Entwickler ausgeschrieben, wenn sie eben für ihr neues Betriebssystem, ihr neues Ökosystem entwickeln. Das spricht meiner Meinung nach auch schon Bände. Also das klingt für mich nicht besonders optimistisch, dass man weiter Android nutzen kann. Und ja, ich kann euch nur sagen, weil mich das auch immer viele fragen, momentan sieht es so aus, dass all diejenigen, die bereits ein Huawei Smartphone gekauft haben, die sind fein raus, also diese großen Probleme, die kommen wirklich nur auf alle neuen Geräte zu. Auch das Mate X soll jetzt in China auf den Markt kommen in den nächsten Wochen. Also im Oktober hieß es, glaube ich, aber halt auch erstmal nicht bei uns. Und ja, ich höre jetzt auf, ich will gar nicht mehr lang labern. Wie gesagt, Fazit, geiles Gerät, aber die aktuelle Situation macht mir einfach nur Angst. Und ich stelle mir momentan echt die Frage, wer wird der Nächste sein? Ich kann nur nochmal an euch alle appellieren, dass uns das meiner Meinung nach alle große Sorgen machen sollte, weil ich mir einfach die Frage stelle, wie soll das weitergehen? Und das könnte auch durchaus noch auf andere Hersteller überspatten, nicht nur auf chinesische Hersteller. Ja, ist meiner Meinung nach momentan einfach echt eine besorgniserregende Lage. Ich hoffe, dass sich die Politiker da bald einigen wollen, aber meiner Meinung nach sieht es momentan echt nicht gut aus. Das soll es von dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne unten in den Kommentaren wissen, was ihr vom Gerät haltet, was ihr von der aktuellen Lage haltet. Seht ihr das wie ich? Seht ihr es vielleicht anders? Seid ihr optimistischer? Ich bin auf euer Feedback gespannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschau.